Also wenn es um Shopping geht, sind meine Freundinnen total kreativ, aber bei Musik machen es echt auf Desperate Housewives. Dabei ist es voll easy, wirklich. Also digital download heißt es und da kriegst du auf einen Knopfdruck die Musik von der Welt, von der ganzen Welt auf alle Elektrogeräte. Also auf fast alle. Und man muss es auch nicht kaufen, man kann es auch ausborgen. Streaming Service heißt es. Das checkt sogar die dapperte neue Dusse von meinem Ex. Vielen Dank.